Willkommen zum 11. Deutschunterricht. In den vorherigen Lektionen haben wir uns mit verschiedenen grammatikalischen Aspekten beschäftigt und heute konzentrieren wir uns auf die Relativpronomen. Relativpronomen verbinden zwei Sätze, indem sie auf ein Substantiv im ersten Satz verweisen und gleichzeitig den zweiten Satz einleiten. Sie sind essentiell für komplexere Satzstrukturen im Deutschen. Die wichtigsten Relativpronomen sind der, maskulin, nominativ, die, feminin, nominativ, plural, nominativ und akkusativ, das, das, neutral, nominativ, den, maskulin und neutral, akkusativ, dem, dem, maskulin, feminin und neutral, dativ, plural, dativ, dessen, maskulin und neutral, genitiv, deren, deren, feminin und plural, genitiv, welcher, welcher, welches, welches werden verwendet, wenn man eine Auswahl treffen möchte. Die Wahl des richtigen Relativpronoms hängt vom Geschlecht, dem Kasus und dem Numerus des Bezugswortes ab. Das Bezugswort ist das Substantiv im ersten Satz, auf das sich das Relativpronomen bezieht. Beispiel, das ist der Mann, der Deutsch spricht. Das ist der Mann, der Deutsch spricht. Der bezieht sich auf Mann, maskulin, nominativ. Das ist die Frau, die singt. Das ist die Frau, die singt. Die bezieht sich auf Frau. Das ist das Buch, das ich lese. Das ist das Buch, das ich lese. Das bezieht sich auf Buch, neutral, nominativ. Das ist der Mann, den ich kenne. Das ist der Mann, den ich kenne. Den bezieht sich auf Mann, maskulin, akkusativ. Relativpronomen leiten einen Relativsatz ein, der zusätzliche Informationen über das Bezugswort liefert. Der Relativsatz kann sowohl vor als auch nach dem Bezugswort stehen. Beispiel, das Haus, das ich gekauft habe, ist sehr schön. Das Haus, das ich gekauft habe, ist sehr schön. Hier steht der Relativsatz nach dem Bezugswort. Die Übung für heute besteht darin, verschiedene Sätze mit Relativpronomen zu bilden. Versucht, verschiedene Bezugswörter und Kasus zu verwenden und die richtigen Relativpronomen auszuwählen. Zum Beispiel, das ist der Film, den ich gestern gesehen habe. Die Frau, die ich getroffen habe, ist sehr nett. Das Buch, das auf dem Tisch liegt, ist interessant. Relativpronomen sind ein wichtiger Bestandteil komplexerer Sätze im Deutschen. Mit regelmäßigem Üben werdet ihr sie schnell beherrschen. Wir sehen uns in der nächsten Lektion. Bis bald!